Brauche ich nur einen einzigen Rucksack für eine Rucksackreise? Wie der Name dieser Art des Reisen schon verrät, ist der Rucksack dein wichtigster Begleiter während deiner abenteuerlichen Tour. Was muss ich beim Rucksackkauf beachten? In deinem Rucksack verstaust du dein gesamtes Hab und Gut. Er ist während deines Abenteuerurlaubs überall dabei und muss daher einiges mitmachen. Ein guter Rucksack steigert deine Reisequalität. Ein schlechter kann jedoch auch das Gegenteil bewirken. Ein qualitativ hochwertiger Rucksack ist leider nicht ganz billig. Da er aber eine wichtige Rolle spielt ist hier der falsche Punkt um Kosten einzusparen. Ein Backpacker-Rucksack ist schwierig online zu kaufen. Es empfiehlt sich daher der Besuch in einem Outdoor- oder Sportgeschäft. Was kommt in den Rucksack? Die Entscheidung was du alles benötigst ist oft sehr schwierig. Aber versuche trotzdem so wenig wie möglich mitzunehmen. Wenn dein Rucksack zu schwer ist, wirst du es später während deinem außergewöhnlichen Urlaub bereuen. Wie packe ich einen Backpacker-Rucksack? Beachte beim Einpacken des Rucksackes. Dass das Gewicht ideal verteilt ist bei den meisten Rucksäcken, liegt dazu eine kleine Anleitung bei. Deine Kleidung kannst du zusammenrollen. So braucht sie am wenigsten Platz. DannELLEN